Einen Tag nachdem ich mein Video hochgeladen habe, hat die WHO die Herdenimmunitätsdefinition schon wieder verändert. Also wir schauen uns auch an, wie die neue Definition ausschaut und wir werden uns auch damit beschäftigen, wie die WHO finanziert ist und warum das vielleicht auch erklärt, warum die WHO ganz unbedingt die Impfung als die Lösung anbietet. Ach ja, und am Schluss erzähle ich euch noch meine böse Geschäftsidee, von der ich hoffe, dass sie nie jemand umsitzen wird. Ja, dranbleiben. Ein aufmerksamer Zuseher, der Clemens, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass schon wieder eine Veränderung bei der Definition stattgefunden hat. Und ich habe ja in meinem letzten Video kritisiert, dass die WHO eben das rausgelöscht hat, dass man auch zur Herdenimmunität beiträgt, wenn man den Virus auf natürliche Weise hatte. Die haben nämlich hingeschrieben, dass Herdenimmunität ein Konzept der Impfung ist. So, wie schaut jetzt die ganz aktuelle Version aus? Die ist jetzt, wie gesagt, vom 31. Dezember 2020. Vielleicht hat die WHO mein Video am 30. Dezember gesehen und hat sich gedacht, ja, ganz Unrecht hat sie doch nicht. Nein, es war natürlich ein Scherz, es haben sich natürlich andere Leute auch darüber aufgeregt. Also, ja, und jetzt steht hier Also, sie haben es wieder geändert. Es gibt wieder zwei Varianten, wie man praktisch zur Herdenimmunität beiträgt. Entweder lässt man sich impfen oder hatte man die Krankheit vielleicht schon. Ja, und dann steht noch zusätzlich dabei Also, sie erklären, es ist eigentlich die W, die Ansicht der WHO, dass man so auf die Herdenimmunität kommen sollte. Und nicht, indem man sich einfach so mild ansteckt mit dem Virus. So, warum ist die WHO jetzt eigentlich so fürs Impfen? Okay, ja, Impfungen haben auch schon viel Gutes gebracht für die Menschheit. Aber leider Gottes waren sie für manche auch schon nicht so gut, die mal als Versuchskanitchen drangekommen sind im Laufe der Geschichte. Aber ja, beim World Economic Forum ist eine Statistik von, oder eine Grafik von 2018, wie damals die WHO finanziert wurde. Eben Hauptsponsor war damals die USA. Wie es jetzt ist, weiß ich jetzt nicht, weil er der Trump mal gesagt hat, er will das nicht mehr finanzieren. Weiß ich jetzt nicht, wie das ausgegangen ist. Und dann eben zweiter ist schon Bill & Melinda Gates Foundation. Da wissen wir eben auch, dass die durchaus auch immer in Impfungen investiert haben, die sich schon lange jetzt vielleicht die neue Vision ist, die Welt durchzuimpfen. Mit allen möglichen Sachen. Und da haben wir wieder, ja, UK, Germany, Deutschland und die Gavi Alliance. Auch die Gavi Alliance ist wieder eine Impfallianz, ja. Und ich glaube, der Gates macht da auch wieder mit. Genau. Und das kann man entweder gut finden oder man kann es schlecht finden. In jedem Fall ist es aber so, dass das durchaus erklärt, warum zumindest einmal Interessen da sind, dass man hier vor allem auf Impfungen setzen will. Gibt natürlich andere Gründe auch, aber ja. Ich bin mir sicher, dass jetzt die WHO ganz viele gut finden und sagen, sie finden das jetzt toll, dass jetzt endlich ein Impfstoff da ist. Dass die Leute nicht nur Krieg führen, sondern auch mal zusammenarbeiten und etwas Großartiges schaffen für die Menschheit. Und viele warten ja wahrscheinlich schon auf diesen Impfstoff. Mir ist aber leider Gottes auch eine sehr boshafte Geschäftsidee gekommen, als ich mir das Ganze durchgelesen habe, wovon ich eben hoffe, dass es niemals jemand umsetzen wird. Und zwar ist das Folgendes. Angenommen, du hast jetzt wirklich Milliarden zur Verfügung und das Geld spielt einfach keine Rolle. Dann könntest du dich eben eine Pharmafirma unterstützen, die eben sich auf Impfungen spezialisiert oder irgendwas anderes. Aber super, wären halt Impfungen. Dann weiß ich, dass das Ganze relativ risikoreich ist, weil wenn man sich mal anschaut, wie viele Studien es gibt und wie viele dann tatsächlich es bis zur Impfung schaffen, ist das wahrscheinlich ganz, ganz wenig. Aber angenommen, man hätte vielleicht ein tolles Produkt, man weiß aber jetzt dann nicht, super, jetzt ist das rausgekommen, jetzt ist aber keine Nachfrage da. Man muss ja schon sagen, in jedem Labor grundsätzlich gibt es ja auch einen Haufen Viren. Wenn ich jetzt böse wäre, dann könnte ich sagen, also für die Nachfrage könnte ich im Endeffekt immer sorgen. Also man bräuchte nur irgendwas aus dem Labor freilassen und könnte jederzeit für die nötige Nachfrage sorgen. Also man kann eigentlich fast nicht pleite gehen, weil was nämlich auch durchaus interessant ist, ist eben auch, dass der Generaldirektor der WHO eben eine Pandemie ausruft und das Ganze würde natürlich nur funktionieren, wenn man einer der Hauptsponsoren vielleicht der WHO wäre. Wäre natürlich unglaublich, wenn jemand jemals auf so eine böse Idee kommen wird. Aber ich wollte es nur sagen, dass es grundsätzlich vielleicht sogar möglich wäre, hätte man jemanden, der das ausnutzen möchte. Aber ja, so ist das. Und das Ganze scheint ja noch lange nicht vorbei zu sein. Coronavirus won't be the last pandemic warrants WHO Chief Tedros. Ich kann leider seinen Namen auch nicht aussprechen. Steht auf Business Today. Das kann man jetzt als gut gemeinte Warnung sehen oder eben auch als Drohung, je nachdem, welche Sichtweise man gerade einnimmt. Aber ja, wir können uns vielleicht noch auf etwas einstellen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und wir sehen uns. Tschüss.